Es ist wichtig, dass du während dieser Meditation auch wirklich die Gefühle fühlst, dass du das auch glaubst, dass es so ist und dass das Gesetz der Anziehung wirkt, dass du dich wirklich tief fallen lassen kannst und wirklich ganz tief da reingehst und im Vertrauen bleibst. Wenn du irgendwelche Widerstände spürst, dann fühle die Widerstände mal durch. Also wenn du merkst, oh, das kann ja nicht gehen und so in die Richtung, dann wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Und dann ist es ganz wichtig, dass du danach auch direkt loslässt und nicht die ganze Zeit wartest, oh, wann meldet er sich und so, sondern einfach deinen Alltag machst, deine Sachen machst und dich gut fühlst. Ja, dann nehme doch mal eine bequeme Position ein und so bequem, dass du einfach nichts mehr spürst, so als wenn du dich schlafen legen würdest. Das darf nirgendwo mehr zwicken, wirklich bequem. Du kannst dich natürlich auch hinsetzen, wenn du da lieber meditierst, aber ich finde, das ist immer ganz gut, wenn du wirklich vom Außen überhaupt nicht gestört wirst. Also wirklich sehr bequem. Dann nehme jetzt mal die Position ein, rückel alles nochmal richtig zurecht, mach den Kissen drunter und dann fühle mal in deine Körper hinein und atme ein paar Mal tief ein und tief wieder aus. Richtig in den Bauch und dann durch den Mund wieder aus. Und durch die Nase ein, in den Bauch hinein atmen. Bisschen halten und dann wieder ausatmen. Und dann spür mal, wo es noch drückt im Körper. Und mit dem nächsten Atem entlässt du all diese Spannungen noch, die du in deinem Körper spürst. Und mit jedem Ausatmen wird es leichter in deinem Körper. Und dann fühle mal in deinen Kopf hinein. Lass mal alle Muskeln locker. Lass mal die Zunge locker, lass die mal richtig fallen. Den Kiefer und die Hals- und die Nackenmuskulatur, lass die richtig locker werden. Und dann fühl mal in deinen Brustraum, lass das locker werden. Und lass die Arme richtig tief in deine Unterlage sinken. Und atme wieder ein und aus. Und lass die Finger auch locker, einfach locker lassen. Atme tief in deinen Bauch hinein. Und lass alle Anspannung mit dem Ausatmen hinaus. Und die Beine. Atme mal in die Beine hinein. Lass sie auch locker. Alle Muskeln dürfen sich jetzt entspannen. Und je mehr du dich entspannst, umso tiefer und tiefer fällst du. Immer tiefer. Und mit jedem Atemzug fällst du tiefer in dich hinein. Du entspannst immer mehr. Und jetzt sagst du mal zu dir, ich bin verbunden. Ich bin verbunden mit allem, was ist. Ich bin verbunden mit meinem Seelenpartner. Und fühle in dieser Verbindung. Und jetzt betrittst du deinen Herzraum. Stell dir vor, da ist eine Türe und du gehst in dein Herz hinein. Und da ist ein goldener See. Und dann legst du dich in diesen goldenen See hinein. Und fühlst noch mehr, wie du mit allem verbunden bist. Du legst dich in den See hinein, schließt die Augen und fühlst diese Liebe, diese göttliche Liebe. Und die darf da sein. Wie goldenes Licht dringt es überall in dich ein und durchflutet deinen Körper. Jede Zelle fühlt diese Liebe. Und alles, was nicht zu dir gehört, wird dadurch aufgelöst und erhellt. Alles Schatten werden ausgeleuchtet. Und du verbindest dich mit Mutter Erde. Stell dir vor, aus deinen Füßen wachsen Wurzeln und die gehen ganz tief in die Erde hinein. Und du bist auch mit Mutter Erde verbunden. Und da, wo du jetzt bist, bist du in Sicherheit. Und jetzt stell dir vor, dass du noch tiefer gehst. Du bist an einem Ort, das ist wunderschön. Ich stelle mir gerade so einen schönen Sandstrand vor. An dem Sandstrand, ganz sanft das Meer, ganz kleine Wellen, du hörst nur dieses Rauschen des Meeres. Und jetzt stell dir mal deinen Seelenpartner in Gedanken vor. Stell dir mal deinen Seelenpartner in Gedanken vor. Stell dir sein Gesicht vor, wie er aussieht. Und fühl dir die Liebe zwischen euch. Und fühl dir die Liebe zwischen euch. Und dann sagst du seinen Namen. und erinnerst dich an all die schönen Dinge, die ihr gemeinsam gemacht habt. Und du weißt, ihr werdet euch jetzt treffen. Und du weißt, ihr werdet euch jetzt treffen. Du weißt, an diesem schönen Sandstrand, dass ihr euch hier verabredet habt. Und du gehst voller Freude diesen Weg entlang. ganz entspannt. Und du fühlst diese Freude, weil du ihn gleich sehen wirst. Und die Sonne geht gerade auf. Es ist ein wunderschöner Morgen. Fühle dieses Glück und diese Freude, dass du ihn jetzt gleich sehen wirst. Und dann sag seinen Namen. Und dann sag ihm, dir ist bewusst, dass wir verbunden sind. Und dass du dich jetzt auf den Weg zu mir machst. Und du gehst weiter diesen Weg. Schaust in die Sonne. Genieß das Gefühl, was die Sonne auf deine Haut macht. die Wärme und die Liebe, die du empfindest. Und stell dir deinen Seelenpartner wieder vor, wie er auf dich zukommt. Und dass ihr euch jetzt gleich sehen werdet. Und sag seinen Namen. Fühle die Liebe zwischen euch. Danke, ich empfange deine Liebe. Und du empfängst meine Liebe. Und du gehst weiter den Weg entlang. Durch den Sand. Und aus der Ferne kannst du jemanden erkennen, der auch am Strand entlang läuft. und du siehst, dass dein Seelenpartner ist. Und in dir ist noch mehr Freude und Glück, ihn endlich wiederzusehen. Und noch mal erinnerst du dich an all die schönen Dinge, die ihr erlebt habt. Und sag seinen Namen. Du empfängst das Gleiche wie ich. Du empfängst mein Liebe. Und ich bin dankbar, dass du jetzt zu mir kommst. Und fühle dieses Gefühl. Und jetzt. Und jetzt kannst du ihn schon erkennen, wie er auf dich zukommt. Er lächelt. Ist voller Freude. Er öffnet. Er öffnet die Arme. Und du läufst ihm noch schneller entgegen. Und ihr beiden nehmt euch in die Arme. Und haltet euch richtig fest. Und dein Herz hüpft vor Freude. Und seins auch. Sagst du ihm. Danke, dass du gekommen bist. Und genieße ein paar Minuten dieses Gefühl des Zusammenseins. Alles ist okay. Alles ist wunderbar mit ihm gerade. Er ist da. Er ist gekommen. Und sag ihm. Danke für deine Liebe. Danke, dass du gekommen bist. Wir sind jetzt eins. Und dann. Bleibst du noch ein paar Momente in dieser Umarmung. und genieße das. Fühle diese Liebe in deinem Herzen. Lass diese Liebe sich richtig ausbreiten in deinem Körper. Die darf in jede Zelle fließen. bis dein Körper ausgefüllt ist mit Liebe. Und dann über die Grenzen deines Körpers hinaus. Mit jedem Atemzug. Mit jedem Atemzug. Für dem Liebe mehr. Und du fühlst das wie einen Luftballon. um dich herum. Immer wenn du atmest, wird es größer. Dein Feld. Dein Feld. Dein Feld dient sich immer weiter aus. Bis du das Zimmer schon erfüllt ist. Von dieser Liebe. Und dann dein Haus. Und dann deine Stadt. Wie eine riesige Welle von Liebe. Dein ganzes Land. Dein Feld. Und es dehnt sich über die ganze Erde aus. Und das hat keine Grenzen. Sogar bis ins Universum. In alle Richtungen. Genieße dann dieses Gefühl der Liebe. Bleib in diesem Gefühl der Liebe. Und lass dein Seelenpartner jetzt los. Lass diese Erinnerung los. Schick es ins Universum ab. Und bleib einfach in diesem Gefühl der Liebe. Und dann kommst du langsam ins Hier und Jetzt zurück. Atme ein paar Mal tief ein und tief aus. Und dann bewegst du deine Füße und deine Hände. Und du atmest nochmal ein und aus. Und dann machst du mal deine Augen langsam auf. Und du kehrst immer mehr zurück und wirst wach. Und du fühlst dich total gut. Und du weißt alles wird gut. Und das geht dir gut. Und du kannst deinen Alltag bewältigen. Und du kannst aufstehen. Und du kannst aufstehen. Oder du beruhst dich noch aus. Ich hoffe die Meditation hat dir gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ich möchte alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020